Diese Krieg ist eine Krankheit, die durch Blut spült von Kriegern. Ich fühle die Wind aus dem Gathering-Storm. Im Hauptquartier des Führers sprach der Oberkommandierende des Heeres am 15. März 1946 über die jüngsten Erfolge der deutschen Armee. Voller Zuversicht, dass der Endsieg in nur wenigen Jahren zu erreichen sei, sprach er dem großen Fortschritt der deutschen Waffentechnologie unter der Führung von General Wilhelm Strasse einen großen Anteil an... ...Dead ist in einem Schädel-Kimmel-Kimmel in einem Schädel-Kommandier. Ein von seinen Lieutenanten, Helga von Schabbs, ist die Fortschritt in Ihren Mission Briefing, in der Oberkommandierende Wollfenstein. Dies Fortschritt hat die Liege der Fortschritt des Kommandier. Das könnte unser Letztes, bevor die Nazis die Allerfestein ausbüren, was in der Welt gut in der Welt verletzt. Amerika würde nie Fortschritt. Okay, hier ist der Checkpoint. Erinnern Sie Ihren Koffer. Kommander Franz, Nazi-Bastard von der SS in Frankfurt. Du und ich, Blazkowicz. Wir sind ein guter Team. Wir können das tun. Okay, look. Du bist Deutsch? Frankly, es ist atrochisch. So, no talking. Und keep dein Koffer holstered für so lange wie du kannst. Die Koffer werden vorbereitet, bevor du in der Glovebox bist. Da. Okay, let's go. And remember, stay focused, stay quiet, and follow me, right? Kommandant Franz aus Frankfurt. Guten Morgen, guten Morgen. Fuck it. Um Himmels Willen stramm stehen, Fritz. Herr Jäger kommt gleich. Jawohl, der macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte sehr. Alles klar. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Die Papiere, bitte. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, äh, ein Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Kreta! Beifuss! Hotdog! Reckon I had to say something. Das war Rudi Jäger. Helga's second in command. Ich höre, er schützt seine Tiere mit prisoners aus dem Kastel. Ich höre, er bin jetzt in den Kastel's dungeon. Guten Morgen! Morgen! Helga von Scharps. What a nasty piece of work. Handpicked by Deathshead himself as a key member of the SS Paranormal Division. You know, I had the misfortune of encountering her on a mission to Tanzanica. Did I ever tell you about that, Blazkowicz? I was sick with Blackwater fever at the time. Possibly the worst day of my life. Not even a heavy diet of whiskey could improve my condition, if you can imagine. Anyway, this castle, Helga owns it. It's her occult research center. Now, we need to take down Deathshead or the war will be lost. And Helga, is vital in doing this. There's a top secret document folder in Helga's office. It should give us the location of Deathshead's compound. Once we have that, well then, we can launch an assault on his base of operations. Shoot him dead. Turn this failure of a war around, and be back just in time for tea. Right. Off you go. I'll disable the alarm. You head for Helga's research center. We'll stay in touch via radio. Leaving the channel open. Где where they chased me? Who would that? Guys. Where'd they go? Guys. We can't do that. Hey. Hey. Okay, inside the elevator. Roger that. Guard spotted. Going into the kiln. Shh, 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 shh. There you go now. Sleep tight. Oh, shh, 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 shh. Oh, shh, shh, shh. Oh, shh, shh, shh. Up on the catwalk, BJ. Don't shoot. It's just me. I'll dig a gander up here. Look for a safe. That's where the folder should be. Okay, Helga. Where do you keep your secrets? Now, if I was a safe, where would I hide? Well, I guess I wouldn't hide because I wouldn't be sentient, would I? But I guess I would just be. So, where would I be, then? Blaskowitz, go through every nook and cranny. We're not leaving here without that folder. Blast it. Ah. I found the safe, but the bloody folder is gone. It's just not there. I saw a radio down there. Use it to contact Kessler. Tell him we can't find the folder. Make it snap, Blaskowitz. I'll stay on the lookout. Pathfinder calling Landseer. Come in, Landseer. Over. This is Landseer speaking. Over. Landseer, we can't find Lucy's present. Over. Pathfinder, I have new information regarding Lucy's present. Rendezvous with me as soon as you can. We will discuss further. Over. Roger. Pathfinder out. Shit. Bloody hell. Hold them off, Blaskowitz. I'll find us an escape route. Remember, nothing good left in the world. Shoot those Nazis, Blaskowitz. Working on it. Wait! Well done, go on it! Ah! 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 Dort drüben! Seht ihr ihn! Erde! Sieht aus! Erde! Sieht aus! Sieht aus! Sieht aus! Wie ist das Exit gekommen, Wesley? Was ist ein blöder Kalker, B.J.? Wir haben noch eine Chance. Kessler weiß etwas. Aber es ist ein blöder Kalker, wenn wir nicht aus diesem Ort kommen. Wir haben ein Weg. Komm her. Ich werde dir helfen. Warte! Warte! Wir treffen Kessler in der Village Tavern. Oh, roger das. Hier wir sind! Get up here! Quick as you can! Hier! Use this exit! Let's go, Braskowitz! Use this exit! No turning back now, B.J.! Keep moving! Shit. Get back to the Rekord. Get back in our Rekord. Get back! Get back! Oh, fuck. Goddammit, Blazkowicz. You done messed up now. Blazkowicz? Hey, Blazkowicz. Something's in there. You wanna wake in there? Goddammit. Rats. BJ, answer me. Yep, I'm here, Wesley. Good, good. I'll get us out of here somehow. You ever get to Snowdonia, Blazkowicz? No, never been. It's a majestic and beautifully desolate place. Rolling hills as far as the eye can see. My father used to take me out from there sometimes, before the Great War. He was happy back then. He'd pack a basket full of bread and cheddar. Bottle of ale for him and a soft drink for me. Even found a fossil there once. Same day I broke my foot, slipping on a wet stone. That was the best day of my life. I wish I had a chance to live. Evening, officer. Get out of here! We're going to get to the right! Super soldiers leashed up by those cables. Turning off the power maybe shuts them down. Get out of here! Go! Go! Get out of here! Siehst du dein Typ B4 zurück in Deathshead's X-Labs? Siehst du dein Typ B4 zurück in Deathshead's X-Labs? Siehst du dein Typ B4 zurück in Deathshead's X-Labs? Siehst du dein Typ B4 zurück in Deathshead's X-Labs? ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. 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 Oh Gott, die Kinder... Ah, bitte... Ach, nein, ich bin mir geilen. Oh Gott, die Kinder. Oh mein Junge. Hast du von ihm входは? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wieder sehe. Meine Kleine ist mir verloren. Sorry, old man. You mistake me for someone else. Ich dachte, eine Sekunde lang. Ich weiß nicht, wie es die Sonne unterging. Es ist so wie die Schwäne, was Wasserflogen. Ich kann nicht mehr gehen. Was? 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 …Faßen ab das Füßen… Was ist? Genau, Englishmail! Wir bringen ihn zur Festung. Found you. Jawohl! Sie sind eine Wartung, nicht wahr? Keine Wartung. Wir haben eine Wartung. Die Wartung ist ein Wartung. Jesus Christ, that's a big fucking dog. Jesus Christ, that's a big one. 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 Ah! Ah! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АВ蔬 Das war's für heute. No power. No power. Pass. No power. 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 Kaffee! Heiß auf! Was ist das? Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Kill every goddamn Nazi in there, set you free. Then we get the hell out of this place and contact Kessler and the Village Tavern. We'll be right back. Achtung, Achtung! Was ist das? Das war's für heute. I guess it's on foot from here. Was? Alarm! Ich brauche Verstärkung! Jawohl, Commandant! Schickt Verstärkung zu ihrer Position! Ich schau. Ich schau. Ich schau. Schuss! UNTERTITELUNG Also, ich lebte im Bett neben diesem Mädchen und lach. Was? Du hast im Bett... Feuer! Das Heir... Reminds me of the bog by the Johnson's farm back home. Smell of dead plants and wet wood. Das Heir... 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 Das war's für heute. 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 Okay, one more. Das war's für heute. 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 Die Jäger hat diesen Engländer jetzt schon einige Stunden gefoltert, aber er redet immer noch nicht. Ja, sowas hab' ich noch nie gesehen. Irgendwann hat Jäger jeden soweit. Was, wenn er wirklich nichts weiß? Tja, dann muss er sich was ausdenken. Ich weiß, wozu Jägerfähig ist. Ich hab's gesehen. Er kann unendliche Schmerzen suchen. Alarm, sind Verstattung! Versteigung ist auf dem Weg, Kommandant! Jetzt zurück! Alarm, sind Verstattung! Schick die Verstattung in schierer Position, Kommandant! Ja, und die Eien! Achtung! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Weiß ich nicht, aber Helga behauptet angeblich, dass sie von König Otto dem Ersten abstammt. Dem römisch-deutschen... Achtung! 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 Das war's für heute. 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 Und so, who is your contact in the village? Klaus. Who is this, Klaus? Who is lost? When I break free, I will fry you in this chair till you die. Count to four, inhale. Count to four, exhale. One last time, then I will kill you. Who is your contact? Yes? And when I'm done with you, I will kill your dog. You killed your dog. You killed your fucking dog, Rudy. I will kill you. I will kill you. Sorry, I couldn't save you, pal. I will kill you. I will kill you. Die Kaffee! Ah! Cut! Come on! Oh, 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 oh. Du dreckstau! 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 Was ist das? Stopp, Dean! Stopp, Dean! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was ist das? Begegnung! Schreie! Achtung, Achtung! Ein Gefangener ist aus Burg Wolfenstein entkommen! Alle Wachen in Alarmbereitschaft! Wiederholen! Ein Gefangener ist aus Burg Wolfenstein entkommen! Alle Wachen in Alarmbereitschaft! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Alle Wachen in Alarmbereitschaft? Untertitelung des ZDF, 2020 Aaaaaaah! 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 Schick verstoß! Seht! Verstärkung ist unterwegs, Kommandant! Alarm! Brauch! Verste Anklagen! Jawohl, Kommandant! Verstärkung ist unterwegs! Aaaaaah! 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 2 Säated tom backed up. 3 2 2 3 3 2 2 maps Sun Der Mann ist da! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen uns! Wir kommen nicht unter den Skorland! Wir müssen rauskommen. Fuck. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Danke schön. Das war's für heute. Achtung! Alle Abbrüder versteigern! Jawohl, Kommandant! Schicken Sie doch! Es kommt bloß! Da! Ich sehe ihn! Du kannst mich skippen in! Geht raus! Verwehrleieron? Geht raus! Geht raus! Jetzt hwork dich! Geht raus! Anaheim! Anaheim! Geht das, Anaheim! Geht hier! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Okay. 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 Macht euch bereit! Granate! Think fast, B.J. Ah! 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 Achoo! 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 Okay. 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 Was? 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 P Saltion Das war's. Was ist das? WDR mediagroup GmbH 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 Was ist das? Achtung! Einwohner von Taderborn! Ab sofort gilt eine Ausgangssperre. Ein extrem gefährlicher Gefangeneist auf dem Fuß. Daher ist es nachts auf den Straßen sehr gefährlich. Öffnen Sie niemandem die Tür und halten Sie sich von den Fenstern fern. Bitte melden Sie jegliche verdächtige Aktivität unverzüglich den Behörden. Sie fassen wir! Sie kommen! Sie werden uns alle jagen und in Stücke reißen. Dieser krigsstreiberischen brechternatlich schweine Herr! Das ist die Tavern. Das ist, wo ich muss sein. Du musst sitzen und singen in den Mundschwein. Ich bringe sie zu Herrn Kessler. Was ist dein Name? Annette. Was ist dein Name? William J. Blazkowicz, US Military. Do people call you that? Mein Vater used to call me Billy Boy. Billy Boy. Billy Boy. Billy Boy. Ein seltsamer Name für einen erwachsenen Mann. Some people just call me BJ. I like this better. You look like a BJ. Thanks. I suppose. Herr Kessler ist inside, Mr. BJ. Ladies first. Annette, wer ist das? Das ist Herr BJ, Herr Kessler. Er wusste das Passwort. BJ? William J. Blazkowicz, US Military. Yes, I recognize your voice. Where's your friend? In Abraham's bosom. Dead. Annette, mein Kind, überprüch die Fenster und versteck dich dann unten in der Höhle. Ja, Herr Kessler. Ja, Herr Kessler. Die, 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 die. Ah, ja, ja. I must get her downstairs. Geh auf die Nazi-Pics, Agent Blazkowitsch! Geh sie alle! Lock diese Tür. Don't open it until I say it's safe. Ja, ich kann nicht sehen! Bewege mich! Achtung! Granate! Da drüben! Wie viele Nazi-Pics sind in diesem Weltraum? Wie viele Nazi-Pics sind in diesem Weltraum? Geh sie den Bastard! Granate! Aufpassen! Offfen! Da drüben! Da drüben! Botuch, Kassel! Erdkopf! Lad UNM. Da drüben! Du! Ach so! Oh! Was ist das? Okay, Nazis are all dead. You can- American! Never mind. You take my soul! You take my great soul! You take my great soul! Your love! You take my great soul! You take your great soul! You take her effort! Hold on! You take my great soul! And you have the great soul! Verholt von meinem Land! Aber da kannst du nicht! Du entwärmlich hast dich! Der Meter hätte dein Fleisch genossen! Die anderen Achtung wollen glauben! Was soll ihr überhaupt nicht sein? Wer mich auf einen Arm und erzeugt den Fertfetten! Feindlich! Feindlich los wieder! Nein! Agent Laskovic, over here! Agent Laskovic, down here! Die anderen Achtung! Are you okay, Blaskovic? I'm fine. I'm sorry about your friend. Thanks. What was his name? Wesley. What about the girl? She's coming with us. I mean, what's her story? Rescued from a deportation convoy heading out of Wolfburg. Family is gone. Come. I'm all she has. Come. And don't. Okay. She's coming with us tonight. I don't know for her. She will be here. That's so cool. I don't know. We are here. Fotos. Letters. What remains of her family. She'll take them with me. Frierst du, meine Liebe? Mir geht's gut. Get in, Agent Blazkowicz. We should be on our way. My things! Here. Oh, thank you. So, where are we going, Kessler? To Wolfburg. That's where Helga will be. With the document folder. What's in Wolfburg? Death, Agent Blazkowicz. Death. Welcher Tag ist heute? 17th of March. It's a Sunday. The day of Purim? Yeah. I made this gift for my friend and father's workshop here in Wolfburg. It's Jewish tradition to give food on this day. But I wanted her to have something special. What is it? A cat. Her favorite animal. I was going to give it to her, but then the Nazis came. I've been here for so long. This is a city of secrets. Beset through history by death and destruction. And now... Helga is poking a stick into its rotten guts. With the morbid curiosity of a child. Was is in der Tasche? Verlugblätter. My wife used to spread flyers like these. In Berlin. Nazi pigs put a rope around her neck for it. Wie schrecklich. Keine Sorge, Annette. Herr Blazkowicz kümmert sich um dich, wenn ich weg bin. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Agent Blaskowicz. You're looking for OSA Agent 2. I called a head to say that you were coming. Agent 2 knows where Helga is. Good. So much death for a silly folder. Well, we don't find it. There'll be a whole lot more. Me and Annette will hide in here. I stole some radio devices from the Nazi pigs. We can use them to communicate. Take this and then get out of the boat and help me push it under the jetty. Leg dich hin, meine Liebe. Agent 2's house lies beyond the market square. North-West. Behind the tavern. Next to Schmitz and Old Baker shop. Use the same password as before. The police will find us to go outside. What happened? The theugs will be the same password as before. But we've got something that we can do. We can do. How are you watching this? UNTERTITELUNG 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 Verstanden, Kommandant. Verstärkung ist unterwegs. Was ist das? Keine Erke! Ah! Das war's. Das war's für heute. Das war's. 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 Und? Das war's. Das war's. Das war's. Why? Why? Was ist? What's? Looks like? What's? What's? What? 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 found this? What? 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 What?